Das ist die gleiche Kraft. Das ist die Kraft mit der Erwechslung. Damit mache ich auch zu. Damit halte ich dich auf. Ich bin jederzeit bereit, diese Kraft loszulassen, wenn ich bewege sie. Solange spiele ich hier mit der Kraft. Ich habe sie immer bereit. Ich habe den Finger am Drücker. Wenn du kommen bist, bist du schon da. Denk am Drücker, denk am Drücker, denk am Drücker, sobald du dich bewegst. Stehst du? Nur eine kurze Frage. Ist das so eine Bewegung? Ja, das sieht fast richtig aus. Aber entscheidend ist das an dem Punkt. Ja, aber ich fühle noch nichts. Du musst die Kraft auf den Punkt kriegen. Das ist der Punkt. Und das musst du in die Schulter auch gehen. Jetzt hast du Druck. Hier berühre ich, aber hier geht es durch den Arm durch. In die Schulter rein und von der Schulter ein Stück weiter hier hin. Und die Schulter rein und von der Schulter... Das ist das, was du bist. Das war gut. Das ist super.